Der erste Brief des Apostels Petrus, der ist für manche Skeptiker gar nicht der Brief des Apostels Petrus. Denn manche glauben, dass die Urheber- und Verfasserschaft des ersten Petrusbriefes auf eine Pseudepigraphie zurückgeht, also im Namen Petri geschrieben wurde, aber von einem anderen Autor, möglicherweise einem Schüler, so wie das vielleicht auch bei 2. Petrus der Fall sein könnte. Während beim 2. Petrusbrief viele Gelehrte zustimmen, dass dies der Fall ist, gibt es beim 1. Petrusbrief, ja und es bedeutet ja nicht, dass das beim 2. Petrusbrief tatsächlich der Fall ist, aber es gibt beim 1. Petrusbrief auch viele Gelehrte, die sagen, nein, nein, ganz und gar nicht. Der erste Petrusbrief wurde vom Apostel Petrus verfasst, dafür gibt es gute Gründe und die Gründe gegen die petrinische Autorschaft, die sind halt absolut nicht überzeugend. In diesem Beitrag wollen wir plausibel machen, dass es tatsächlich der Apostel Petrus war, der den 1. Petrusbrief verfasste. Das bedeutet, in diesem Beitrag schauen wir uns die Argumente dafür an, die dafür sprechen, dass der 1. Petrusbrief tatsächlich vom Apostel selbst verfasst worden ist und widerlegen und analysieren und widerlegen dann anschließend die Gründe, die von Skeptikern dagegen vorgebracht werden. Ja, der 1. Petrusbrief, wenn man den liest, dann wird man schnell feststellen, dass der mit der Erklärung beginnt, vom Petrus selbst zu stammen. Ja, Petrus, ein Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge, die in ganz Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bütinien zerstreut sind, heißt es in 1. Petrus 1.1. Ja, und ja, da sehen wir ja schon mal, was dieser Brief tatsächlich sagen möchte. Ja, der Autor behauptet, der Apostel Petrus selbst zu sein. Ja, es kann ein zufriedenstellendes, eine zufriedenstellende Argumentationskette zugunsten der petrinischen Urheberschaft von 1. Petrus gemacht werden. Ja, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Inhalt des Briefes und dem, was über die historische Figur des Petrus bekannt ist. Der Autor des Briefes bezeichnet sich selbst als Petrus, ein Apostel Jesu Christi. 1. Petrus 1.1. Und Petrus wird in den Evangelien und den anderen Schriften des Neuen Testaments eindeutig als Apostel identifiziert. Matthäus 10.2, Lukas 6.13-14, Apostelgeschichte 2.37-5.29 und Galater 1.18-19. Außerdem behauptet der Autor des 1. Petrus Briefes, ein Zeuge der Leiden Christi zu sein. 1. Petrus 5.1. Es sollte beachtet werden, dass das Wort Zeuge, der Begriff Zeuge, auf zwei verschiedene Arten verstanden werden kann. Entweder als Augenzeuge oder als Zeuge vom Hören her. Also jemand, der auch Zugang zu Augenzeugen berichten hatte. Und Johannes zum Beispiel, der war sicherlich anwesend, als Jesus gekreuzigt wurde. Johannes 19.25-27. Und er und Petrus, die werden oft als zusammen während eines Großteils der Passion erwähnt. Einschließlich in Gethsemane, Matthäus 26.36-37, während des Verhörs von Kaiphas, Johannes 18.15-16 und am Grab, Johannes 20.2-4. Auch wenn Petrus vielleicht kein Augenzeuge der Kreuzigung war, stimmt die Behauptung des Autors, ein Zeuge der Leiden Christi zu sein, sicher mit dem überein, was wir über Petrus nach der Auferstehung wissen, als er kühn bezeugte in Bezug auf das Leiden, Tod und Auferstehung Jesu, was da alles passiert ist und das Petrus Jesus als Messias bezeugt hat. Apostelgeschichte 2.22-36, 3.12-16. Der Autor von 1. Petrus sagt, dass er an Mitglieder der Kirche schreibt, die über ganz Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithinien verstreut sind. 1. Petrus 1.1. Die Apostelgeschichte weist darauf hin, dass Petrus am Pfingsttag mit Juden aus allen Völkern unter dem Himmel, Apostelgeschichte 2.5 interagierte, einschließlich derer, deren Heimatländer, der Kappadokien, Pontus und Asien gewesen sind, Apostelgeschichte 2.9. Bei diesem Anlass sprachen die Jünger in Zungen. Petrus wandte sich an die Menge und die sein Wort freudig annahmen, ließen sich taufen. Es ist wahrscheinlich, dass einige dieser 3000 Neubekehrten aus Kleinasien stammten, die dann das Evangelium mitbrachten, als sie nach Hause zurückkehrten. Als Ursprung des Briefes wird die Gemeinde in Babylon 1. Petrus 5.13 angegeben, was oftmals ein Coden als ein Codename für Rom gedeutet wird. In ähnlicher Weise identifiziert das Buch der Offenbarung Rom auch als Babylon eine Stadt mit sieben Hügeln, Offenbarung 16.19 und 17.9. Obwohl die Apostelgeschichte nur die Erzählung von der Reise des Paulus nach Rom enthält, platzieren viele frühchristliche Quellen Petrus auch für die letzten Jahre seines Lebens, sowie für sein Martyrium in Rom und auch archäologische Funde in Rom legen nahe, dass er tatsächlich in Rom gewesen und vielleicht auch dort getötet worden ist. Der Verfasser des Briefes weist auch darauf hin, dass er eine enge Beziehung zu Markus, meinem Sohn, 1. Petrus 5.13 hat. Dies könnte derselbe Johannes Markus sein, bei dessen Familie Petrus Jahre zuvor Zuflucht gefunden hatte. Als Petrus auf wundersame Weise aus dem Gefängnis in Jerusalem befreit wurde, kam er in das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, deren Beiname Markus war. Apostelgeschichte 12.12. Später begleitete Johannes Markus, Paulus und Barnabas auf ihre Mission nach Zypern. Apostelgeschichte 12.25 und 13.5. Eine Reihe frühchristlicher Traditionen bringen Petrus während des letzten Teils des Apostelsamtes in Rom auch mit Johannes Markus in Verbindung. Der Brief verwendet häufig das Alte Testament. Beispielsweise zitiert der Autor aus den Büchern Leviticus Jesaja, Psalmen und Sprüche und beruft sich auf die Geschichten von Sarah, Abraham und Noah. Dies sind die Art von Referenzen, die man von einem Mann erwarten kann, der in dieser Zeit in einem frommen jüdischen Haushalt aufgewachsen war. Josephus, ein jüdischer Historiker aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, interpretierte die Tora so, dass sie die Eltern anwies, das Lesen in Bezug auf die Gesetze zu lehren, dass sie auch von den Heldentaten ihrer Vorfahren wissen. In Bezug darauf, ob dies in einem bestimmten Haushalt getan werden könnte, muss aber jedoch davor gewarnt werden, vor dieser Weise, dass dies von der Frömmigkeit ihrer Eltern abhängen würde. Es gibt Hinweise darauf, dass Petrus in einer strenggläubigen Familie aufgewachsen ist. Jahre später, als er seine berühmte Vision auf einem Dach in Joppe sah, erklärte Petrus, dass er immer nach jüdischen Speisegesetzen gelebt habe, siehe Apostelgeschichte 10, 13 und 14. Es gibt eine Reihe von Begriffen in dem Brief, die auch mit dem in Verbindung stehen, was wir über Petrus aus den Evangelien und der Apostelgeschichte wissen. Zum Beispiel lehrt der Autor, dass Gott der Vater ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet. 1. Petrus 1, 17. In ähnlicher Weise wurde Petrus in der Apostelgeschichte durch Offenbarung gelehrt, dass Gott die Person nicht ansieht und dass in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, bei ihm angenommen wird. Apostelgeschichte 10, 34-35. In einem anderen Beispiel ermutigt der Autor, die Ältesten, die unter euch sind, die Herde Gottes zu weiden. 1. Petrus 5, 1-2. Was die wiederholte Anweisung des auferstandenen Jesus an Petrus am Ufer des Meeres widerspiegelt. Am Ufer des Meeres von Galiläa. Weide meine Schafe. Johannes 21, 15-17. Ein Argument, das einige Gelehrte gegen die Urheberschaft Petri zu verwenden versucht haben, ist die Behauptung, dass der Brief Ideen enthält, von denen angenommen wird, dass sie aus späteren Zeiträumen nach dem Tod Petri stammen, was wahrscheinlich um das Jahr 64 nach Christus war. Im Gegenteil gibt es jedoch bestimmte theologische Perspektiven, die in dem Brief dargestellt werden, die auf ein Datum der Abfassung innerhalb der Lebenszeit von Petrus hinweisen. Einige davon ähneln denen, die wir in den Paulusbriefen finden, die alle vor 64 datieren. Zum Beispiel gibt es das, was eine lebendige Eskatologie genannt wird. Oder mit anderen Worten eine Erwartung der Wiederkunft Christi, die die Briefe des Paulus durchdringt. Der Autor von 1. Petrus bezeugt, dass Christen durch die Auferstehung Jesu Christi eine dynamische Hoffnung auf ewiges Leben haben können, um sie durch Prüfungen zu stützen, damit sie beim Erscheinen Jesu Christi für würdig befunden werden. 1. Petrus 1, 3-7. Paulus lehrte ja ebenfalls, dass manche Menschen den Tod geliebter Menschen bedauern, weil sie kein Zeugnis haben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und keine Hoffnung haben, dass der Herr selbst vom Himmel herabkommt. 1. Thessalonicher 4, 13-16. Der Brief spiegelt auch eine Periode in der Entwicklung der Kirchenhierarchie wieder, die mit einem Zusammensetzungsdatum vor 64 nach Christus übereinstimmt. Im Übrigen, diese lebendige Hoffnung ist ja noch davon geprägt, dass ja eigentlich dann Jesus wiederkommen sollte. Aber im 2. Petrusbrief wird er dann auch erklärt. Das, was der Apostel Paulus ebenfalls in seinen Briefen, wie wir bereits geklärt haben, schon anklingen hat lassen und was auch in den Evangelien von Jesus Christus selbst auch angeklungen ist. Im 2. Petrusbrief wird halt einfach erklärt, dass dann die Leute sich wieder angefangen haben zu benehmen wie die letzten, wie die letzten, ja wie soll ich sagen, wie die letzten Deppen. Und deshalb ist Jesus Christus dann auch nicht wiedergekommen. Das ist genau logisch, wie auch im Alten Testament erwiesen werden kann, wie Prophetie funktioniert. Gott kann Gutes wieder zurückhalten und Schlechtes aber ebenfalls, je nachdem wie Menschen sich eben entwickeln und auf ihn hören. Der Brief aber, wie gesagt, spiegelt eben auch eine Periode in der Entwicklung der Kirchenhierarchie wider, die eben vermuten lassen, dass das Ganze vor 64 nach Christus entstanden ist, ja. Die früheste örtliche Kirchenleitung, ja, war zum Beispiel nicht ein Bischof, der einer Gemeinde vorstand. Vielmehr unterschied sich die kirchliche Struktur von Gemeinde zu Gemeinde und entwickelt sich erst später zu einem Monoepiskopat, ja, also einer Struktur mit einem einzigen Bischof über einer einzigen Gemeinde. Im ersten Jahrhundert existierte historisch noch kein Monoepiskopat, ja. Anstatt einen Bischof über eine einzelne Versammlung zu sprechen, spricht der Autor von 1. Petrus, Leiter innerhalb der Versammlung als Älteste an und bezeichnet sich selbst sogar als ein Ältester, 1. Petrus 5.1. Wir finden diese Beschreibung von Kirchenführern, die mit anderen Gemeinden in Kleinasien verbunden sind, insbesondere mit der Kirche in Ephesus. Ja, als Paulus zum Beispiel nach seiner dritten Mission nach Jerusalem reiste, gilt er in Milet an und sandte nach Ephesus und berief die Ältesten der Gemeinde, Apostelgeschichte 20.17. Wir finden auch in den Briefen des Paulus weitere Vielfalt in der Struktur der Kirchenhierarchie. Zum Beispiel sprach Paulus in seinem Brief an die Philippa die Bischöfe und Diakone an, Philippa 1.1, anstelle eines Bischofs über die Gemeinde der Philippa. Abgesehen von der Art ihrer Bezugnahme auf Eskatologie und kirchliche Struktur betrifft ein weiterer Grund für den Vorschlag eines frühen Datums für 1. Petrus die Erhörterung der Verfolgung. Die feurige Prüfung, die euch prüfen wird, 1. Petrus 4.12. Die verschiedenen Manifestationen dieser feurigen Prüfung, die in 1. Petrus erwähnt werden, werden als örtlich begrenzt, gelegentlich und unorganisiert beschrieben. In erster Linie haben sie damit zu tun, dass nicht Christen Böses gegen Christen sagen. 1. Petrus 1.6, 2.12 und 15, 3.9 und 16, 4.12 und 16. Dies unterscheidet sich von systematischen Verfolgungen, die von Kaiser Nero in Rom um 64 bis 65 nach Christus angezettelt wurden und später auch von anderen angeordnet wurden. Der Autor stellt keine Verbindung her zwischen dem Leiden der Gläubigen und der römischen antichristlichen Aggression, obwohl man das erwarten würde. Man würde ja einen Hinweis auf diese spezifischen Verfolgungen erwarten, wenn der Brief während oder nach Auftreten dieser Verfolgungen seit Nero 64 bis 65 nach Christus verfasst worden wäre. Aber diese Auslassung könnte darauf hindeuten und anstatt diese organisierten Christenverfolgungen zu nennen, werden nur die örtlich begrenzten, die es ja seit 30 gab, erwähnt. Und das kann natürlich darauf hinweisen, dass der Brief eher vor Neros Christenverfolgung und damit vor dem Tod des Apostels Petrus von diesem selbst geschrieben wurde. Und 1. Petrus weist keines der offensichtlichen Anzeichen dafür auf, dass er pseudonym ist. Dazu gehört das Fehlen eines selbstbewussten Strebens nach Wahrhaftigkeit, womit gemeint ist, dass ein späterer Autor offensichtlich versucht hat, ein Dokument wie er seiner früheren Zeit klingen zu lassen, sowie die kaum verhüllte Annahme, dass das apostolische Zeitalter in der Vergangenheit liegt, dabei aber vollkommen versagt. Schließlich gab es, obwohl es bekanntlich Debatten darüber gab, Dokumente wie das Buch der Offenbarung in den Kanon aufgenommen werden sollte, keine Debatte über die Aufnahme von 1. Petrus. Stattdessen hat man solche Geschichten wie die Petrus-Akten oder das Petrus-Evangelium stets abgelehnt, als Pseudepigraphien, als später entstandene Schriften, die mit Petrus und seiner Feder nichts zu tun haben. Und die Annahme des 1. Petrus-Briefs und die Akzeptanz, die war weit verbreitet und vor allem früh und wird auch von den frühen Kirchenvätern in der frühen Kirche bezeugt und bestätigt. Dies zeigt die positive Art und Weise, in der die frühe Kirche die apostolische Autorität und Authentizität des Briefes betrachtete. Zusammenfassend kann man aus den obigen Daten ersehen, dass es zahlreiche Merkmale des 1. Petrus-Briefes gibt, die ihn mit Petrus verbinden und mit der Schlussfolgerung übereinstimmen, dass der Brief zu Lebzeiten des Apostels von ihm selbst geschrieben wurde. Oder von mir, dass auch von einem Sekretär, den er dafür beauftragt hat. Fakt ist, der hätte das gelesen, weil ohne dass er das gelesen hätte, hätte er das bestimmt nicht rausgehen lassen. Auf jeden Fall geht das auf Petrus zurück. Eine Reihe von Argumenten wurde natürlich von Skeptikern, die es ja immer gibt, gegen die traditionelle Ansicht der petrinischen Urheberschaft von 1. Petrus vorgebracht. Es gibt ja immer Skeptiker, die auch nicht wahrhaben wollen, dass das Ganze auf Augenzeugenberichten basiert. Ja, würde ich mal sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, der Brief, der würde ja sehr ausgefeiltes Keunegriechisch und griechisches Vokabular, Stil und Rhetorik verwenden. Es sei ja höchst unwahrscheinlich, dass Petrus, ein Jude des 1. Jahrhunderts aus Galiläa, mit diesem Niveau des anspruchsvollen Griechisch vertraut gewesen wäre. Die Apostelgeschichte berichtet zum Beispiel, dass Petrus und Johannes als ungelehrte und unwissende Männer bezeichnet wurden. Apostelgeschichte 4, 13. Ja, das bedeutet halt einfach, dass sie in der formalen rabbinischen Ausbildung jetzt nicht so gut ausgebildet waren, wie der Apostel Paulus. Während es also unwahrscheinlich ist, angeblich, dass Petrus das gleiche Niveau, also während es natürlich unwahrscheinlich ist, dass Petrus das gleiche Niveau und die gleiche Art von Bildung erhielt wie Paulus, ja, der unter der Anleitung des großen jüdischen Lehrers Gamaliel ausgebildet wurde, Apostelgeschichte 22, 3. Ja, heißt das nicht, dass Petrus vollkommen unfähig war? Und vor allem, jetzt muss man fragen, inwiefern könnte Petrus mit der griechischen Sprache vertraut gewesen sein? Ja, Gelehrte und Archäologen haben über das Ausmaß der Hellenisierung im Galiläa im 1. Jahrhundert nach Christus diskutiert, ja. Und die griechisch-römische Kultur, das haben auch einige Gelehrten gesagt, könnte es ja schon sehr weit verbreitet gewesen sein, ja. Und, ähm, ja, was kann man noch sagen, ne? Es gibt laufende Ausgrabungen, die bestimmt Neubeweise ans Licht bringen, ja. Und die Archäologen, die Etel zum Beispiel ausgegraben haben, eine mögliche Stätte von Bethsaida in der Nähe von Kapanau, um östlich des Flusses Jordan, haben Überreste eines hellenistischen Tempels und eines römischen Tempels entdeckt, darunter eine bronzene Weihrauchschaufel und kleine Figuren, die in der Nähe freigelegt wurden, ja. Und in den Gebäuden selbst wurden keine Altäre, Statuen, Knochen oder von geopferten Tieren oder Weiheinschriften, Weiheinschriften entdeckt. Also wurde bezweifelt, dass es sich um heidnische Kultanlagen handelte, ja. Ja, gut, ähm, könnte auch ein Zusammenspiel zwischen lokaler Kultur, jüdischer Kultur und griechisch-römischer Kultur gewesen sein. Neben der Archäologie sollten aber auch andere wichtige Faktoren berücksichtigt werden. Man darf eines nicht vergessen, dass Petrus in Kapanau, ja, von Griechen und anderen Heiden, die in der Dekapolis lebten, sowie von Syrophönizern im Huletal und in Richtung Caesarea Philippi umgeben war. Die Dekapolis bestand aus zehn hellenistischen Städten, die irgendwann nach der Eroberung durch Alexander dem Großen gegründet und als römische Stadt wiederhergestellt wurden, nachdem Pompejus im ersten Jahrhundert vor Christus Judäa erobert hatte. Insbesondere die Stadt Dekapolis und der Hafen von Hyppos lagen dabei nur wenige Meilen südlich von Kapanau an der Ostküste des Sees Genezareth. Archäologen haben in Hyppos Überreste eines römischen Tempels aus dem ersten Jahrhundert vor Christus freigelegt, der auf den Fundamenten eines früheren hellenistischen Tempels errichtet wurde. Wieder hellenistische Spuren. Das Markus-Evangelium sagt, dass Jesus vermutlich mit Petrus und anderen Jüngern die Region der Dekapolis besuchte. Siehe Markus 7,31. Und das Matthäus-Evangelium weist darauf hin, dass, als sich sein Ruhm auszubreiten begann, Einwohner der Dekapolis Jesus folgten. Matthäus 4,25. Ja, und noch näher an Kapernaum lag Bethsaida, gleich östlich des Jordans, der in den See Genezareth mündet. Unabhängig davon, ob Et-Tel mit der Stadt identifiziert werden soll oder nicht, war Bethsaida dennoch die Hauptstadt des Territoriums von Gaulanitis zum Beispiel, das solche jüdischen Hochburgen wie Gamla sowie eine bedeutende nicht-jüdische Bevölkerung umfasste. Bis 30 nach Christus hatte Herodes Bethsaida zu einer griechischen Polis gemacht und sie in Bethsaida Julius umbenannt. Das Johannes-Evangelium sagt, dass Philippus, Andreas und Petrus alle ursprünglich von Bethsaida waren. Johannes 1,44. Johannes 12,21. Obwohl Simon das griechische Äquivalent des hebräischen Namens Simeon ist, sind die Namen Philippus und Andreas beide griechisch und haben keine hebräischen Entsprechungen. Eine Tatsache, die einige Gelehrte als Beweis für den griechischen Einfluss in der Region interpretierten. Jesus besuchte Bethsaida dabei mehrmals, mehrmals mit seinen Jüngern und vollbrachte dort auch Wunder, siehe Markus 8,22-26 und Lukas 19-17. In seiner Studie über die Fischereiindustrie am See Genezareth kam Jerome Murphy O'Connor zu dem Schluss, dass, da das Essen von Fisch sowohl für die jüdische als auch für die nicht-jüdische Bevölkerung Standard war, es sehr wahrscheinlich war, dass einige von ihnen am Fanggeschäft beteiligt waren, Verarbeitung und Verkauf von Fisch hätte ja ein gewisses Grundverständnis der griechischen Sprache, somit gebraucht und mit denen aus den Gebieten unmittelbar, um Galiläa zu kommunizieren, um ihre Produkte zu verkaufen. Das Johannes-Evangelium berichtet von einem Fall, in dem es scheint, dass zumindest Philippus die Fähigkeit demonstriert, sich auf Griechisch zu verständigen. Als Jesus und seine Jünger zum Pessach nach Jerusalem reisten, näherten sich einige Griechen, Johannes 12, 20. Philippus, an den uns das Johannes-Evangelium erinnert, aus Bethsaida in Galiläa, Johannes 12, 21, und baten darum, Jesus sehen zu dürfen. Ob sie nicht-Juden oder Diaspora-Juden waren, die Annahme des Textes ist, dass die Bitte auf Griechisch geäußert wurde. Und einige Gelehrte sind daher auch zu dem Schluss gekommen, dass die Implikation der Geschichte darin besteht, dass diese Griechen sich Philippus näherten, weil er einen griechischen Namen hatte, von einem Ort stammte, der von Nicht-Juden beeinflusst wurde und daher griechisch verstehen konnte. Und es deutet darauf hin, dass Grundkenntnisse der Sprache möglich waren. Auch Levi Matthäus zum Beispiel brauchte solche Grundkenntnisse bei seinem Steuereintreiberjob, bei seinem Zöllnerjob. Auch Jesus als Zimmermann und Handwerker hatte Handelskontakte. Und deshalb befindet sich Petrus in einer guten Umgebung, wo gewisse griechische Kenntnisse durchaus übersickern könnten. Ein zweites Argument gegen die Petrinische Urheberschaft von 1. Petrus hängt mit dem 1. zusammen. Wenn der Brief aus dem Alten Testament zitiert oder darauf anspielt, verwendet er die Sprache der griechischen Septuaginta und nicht des traditionellen hebräischen Textes oder des aramäischen Targums. Und ja, das würde auf einen Schriftsteller hinweisen, der im Sinne der Septuaginta und nicht des Hebräischen denkt. Das könnte ja schwer mit einem ungeschulten aramäisch sprechenden Fische in Einklang zu bringen sein. Und dabei wird allerdings der Befund übersehen, dass jemand wie Petrus, der in allgemeiner Nähe zu Heiden lebte und arbeitete, die in Galiläa, Gaulanitis und der Dikapolis lebten, ein grundlegendes Verständnis der griechischen Sprache besessen haben konnten und teilweise auch mussten. Noch wichtiger ist jedoch, dass keines dieser beiden Argumente gegen die Urheberschaft Petri die Auswirkungen der Tatsache berücksichtigt, dass 1. Petrus als Brief viele Jahre, nachdem Petrus seine Heimat in Galiläa verlassen hatte, verfasst wurde. Und über drei Jahrzehnte nach der Kreuzigung scheint Petrus eine bedeutende Interaktion mit denen gehabt zu haben, die griechisch sprachen. Am Pfingsttag empfing Petrus eine Ausgießung des Heiligen Geistes und offenbarte die Gabe der Zungenrede, als er anfing, in anderen Zungen zu reden. Apostelgeschichte 2.4 Das Neue Testament berichtet zudem von einer Reihe von Fällen, in denen Petrus sowohl unter hellenistischen Juden als auch unter Heiden wirkte. In Jerusalem sah sich Petrus mit der Kontroverse zwischen den Griechen, Apostelgeschichte 6.1 oder griechischsprachigen Judenchristen und den Hebräern konfrontiert. In Joppe sprach Petrus mit Männern von Cornelius, einem römischen Hauptmann, der in Caesarea Maritima stationiert war, siehe er Apostelgeschichte 10.1-5 und 19-23. Petrus reiste dann nach Caesarea und hinterhielt sich selbst mit Cornelius, siehe Apostelgeschichte 10.25-33. Später offenbart Paulus, dass der Stammapostel in Antiocha mit den Heiden aß, Galater 2.12. Darüber hinaus weist die frühchristliche Tradition, wie bereits erwähnt, darauf hin, dass Petrus die letzten Jahre seines Lebens in Rom verbrachte, wo er schließlich den Märtyrer-Tod erlitt. Petrus war also zu der Zeit, als der erste Petrusbrief geschrieben wurde, ausgiebig im östlichen Mittelmeerraum gereist und hätte sicherlich ziemlich gute Griechischkenntnisse erlangt, weil es halt auch einfach nötig gewesen wäre. Das kann man ja gut dann aufbauen auf seine bereits dagewesenen Kenntnisse. Während dieser Zeit wäre die Septuaginta auch die Bibel für seine Missionsarbeit im Ausland gewesen. Eine moderne Frage könnte sein, dass eifrige Missionare der Heiligen der letzten Tage, Monate, nicht Jahre, sich in eine neue Sprache vertiefen müssten, um sich mit den Heiligen Schriften in dieser Sprache vertraut zu machen. Und nachdem er jahrzehntelang diejenigen evangelisiert hatte, die Griechisch sprachen, wäre es sicherlich möglich, dass Petrus ein funktionierendes Wissen über die Septuaginta entwickelt hatte. Es sei darauf hingewiesen, dass Papias, ein frühchristlicher Schriftsteller aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, die Tradition bewahrt, dass Johannes Markus dem Petrus in Rom assistierte. Papias zitiert einen früheren Johannes den Presbyter und erklärt, dass Markus, der Petrus' Dolmetscher gewesen war, sorgfältig aufgeschrieben habe, woran er sich von Worten und Taten des Herrn erinnert habe. Das griechische Wort Hermeneutes wird gewöhnlich mit Dolmetscher übersetzt, was bedeuten könnte, dass Markus als Übersetzer von Petrus fungierte. Wenn Petrus nach über 30 Jahren der Evangelisierung von Menschen im gesamten Mittelmeerraum in der Lage war, sich auf Griechisch zu verständigen, ist dieses Verständnis möglicherweise nicht korrekt. Das Wort Hermeneutes kann jedoch auch eine allgemeine Konnotation von jemandem sein, der jemandem hilft, in Worten ausgedrückte Gedanken zu verstehen. Und Petrus konnte damit gut genug Griechisch, um es für sich selbst zu sprechen. Und Markus könnte damit auch Petri Ausleger als Übersetzer gewesen sein. Es sollte auch beachtet werden, dass zum Beispiel in der detaillierten Analyse des griechischen von 1. Petrus semitischer Einfluss in der Syntax des Briefes entdeckt wurde, was zum Schluss führen könnte, dass die Muttersprache des Autors semitisch gewesen ist. Und der semitische Muttersprachler konnte Griechisch schreiben, semitische Muttersprachler konnten Griechisch schreiben und mit der Semturgin da vertraut sein. Auch hier beweisen also diese Punkte nicht, dass das nicht Petrus gewesen sein kann. Nun, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, selbst wenn Petrus sich eher mit dem Hebräischen als mit dem Griechischen wohlfühlte, würden direkte Zitate offensichtlich in die Version eingefügt worden sein, an die die Leser gewöhnt waren. Zum Beispiel die Septuaginta, Apostelgeschichte 21, 37 bis 40 und der als Pharisäer unter Gamaliel in Jerusalem ausgebildete Paulus, siehe Apostelgeschichte 22, 3, auch so etwas praktiziert habe, Philippa 3, 5 und die Septuaginta in den Briefen verwandte. Doch es ist möglich, dass die Verwendung der Septuaginta in 1. Petrus einfach die Kultiviertheit des Schreibers, des Autors widerspiegelt und daher möglicherweise kein Beweis gegen die Urheberschaft Petri ist. Ein drittes Argument gegen die petrinische Urheberschaft von 1. Petrus konzentriert sich ja auf den angeblichen Mangel an Hinweisen auf die Lehren und den Dienst Jesu in dem Brief. Dieses spezielle Argument ist sehr subjektiv, ebenso wie die anderen. Und in 1. Petrus sind auch eine Reihe möglicher Hinweise sowohl auf die Lehren als auch auf den Dienst Jesu identifiziert worden. Ein Beispiel hat mit dem Rat bezüglich der Verfolgung zu tun. Die Leser werden angewiesen, sich sehr zu freuen, obwohl sie schwere, durch mannigfaltige Versuchungen erfahren. 1. Petrus 1, 6 In einer anderen Passage werden die Leser erneut ermutigt, sich zu freuen, da ihr Anteil an den Leiden Christi habt. So heißt es in 1. Petrus 4, 13 Das erinnert an die Bergpredigt, in der Jesus seine Zuhörerschaft lehrte, dass Menschen, die sie verleumden und verfolgen, sich freuen und überaus froh sein sollen. Ja, Matthäus 5, 11 bis 12, weil sie himmlischen Lohn erhalten werden dafür, dass sie Verfolgung erfahren und damit, und dass sie auch die gleichen Verfolgungen erleben, wie es die alten Propheten schon gewohnt waren. Und in einem anderen Beispiel diskutiert der Autor das Leiden Jesu. Auch Christus hat für uns gelitten und uns ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen folgt. Wer keine Sünde tat, in dessen Mund kein Falsch gefunden wurde, der, wenn er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht wurde, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab sich dem, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden in einem eigenen Körper auf dem Baum trug, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben sollten, und durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. 1. Petrus 2, 21 bis 24. Und zu beachten ist, dass in der Apostelgeschichte die Predigt des Petrus seinen Zuhörern immer wieder betont, dass die Passion Jesu eine Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiung war. Siehe Apostelgeschichte 2, 22 bis 36, 3, 12 bis 18. Als der Apostel Paulus Kleinasien und Griechenland evangelisierte, betonte er in ähnlicher Weise, dass die Propheten der alten Zeit den Tod und die Auferstehung Jesu prophezeit haben. Apostelgeschichte 13, 14 bis 37 und 17, 1 bis 4. Wenn man eine Liste der Zitate und Anspielungen auf Jesaja im Neuen Testament zurate zieht, ist es offensichtlich, dass neutestamentliche Autoren Jesaja häufig verwendet haben, wenn sie über die Predigt und den Dienst Jesu diskutierten. Jesaja 53, jedoch oft in Verbindung mit Jesaja 61 zitiert oder angedeutet wird, was die Passion Christi anbelangt. Und fast jeder neutestamentliche Schreiber, der erwähnt, oder beziehungsweise fast jeder neutestamentliche Schreiber, hat mindestens eine Anspielung verwandt, mit Ausnahme auf Jakobus und Judas. Und Jesaja 53 war seine Art Lieblingskapitel der Autoren des Neuen Testaments. Somit stimmt der Verweis des Autors auf Jesaja 53 mit der lukanischen Darstellung von Petrus sowie mit der Praxis anderer neutestamentlicher Schreiber überein. Ja, das muss man auch sagen. Und gegen die Urheberschaft von Petrus wird auch eingewandt, das Fehlen explizite Bezugnahme auf den Apostel Paulus. Wenn Petrus tatsächlich an Jünger in Kleinasien schrieb, wo Paulus so viel Zeit verbrachte, wird argumentiert, dass er einige Hinweise auf die frühere Arbeit seines Apostelbruders gegeben hätte. Ja, und die Kritik ist, ja, die Urheberschaft und Authentizität eines Briefes sollte ja nicht davon abhängen, dass er die Art von Dingen erhält, die ein moderner Gelehrter 2000 Jahre später ihm haben möchte. Es ist jedoch möglich, ja, dass Petrus und Paulus aufgrund des Konflikts, den sie Jahre zuvor in Antioch erlebten, vielleicht Petrus deshalb das Ganze nicht so weit ausgebreitet hat. Andererseits richtet sich der Autor in diesem Brief an diejenigen, die in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bütinien lebten. 1. Petrus 1.1 Und von diesen fünf Gebieten haben wir nur Beweise dafür, dass Paulus Galatien und Asien besuchte. Der Verfasser mag einfach das Gefühl gehabt haben, ja, dass jetzt noch etwas ergänzt werden sollte, ja, und der deshalb nicht so auf Paulus hingewiesen hat. Und das letzte Argument gegen die Urheberschaft Petri, das wir betrachten sollten, hat mit der möglichen Verbindung des 1. Petrus zu den paulinischen Briefen zu tun. Ja, es wird von Gelehrten vorgeschlagen, dass der Autor von 1. Petrus mit einer Reihe von Paulusbriefen vertraut war und von ihnen abhängig war und daher sei es ja unwahrscheinlich, dass der Brief von Petrus selbst geschrieben worden sei. Dieses Argument geht davon aus, dass zu der Zeit, als er irgendeinen Kontakt mit den Briefen des Paulus gehabt hätte, Petrus eigene Ansichten über das Evangelium gefestigt gewesen wären, mit dem Ergebnis, dass er wahrscheinlich nicht offen für neue Ideen oder Ausdrücke gewesen wäre, wie er zum Beispiel im paulinischen Korpus gefunden hätte. Aber die Geschichten, die das Neue Testament über Petrus bewahrt, zeichnen auch ein anderes Bild des Apostels. Ja, zum Beispiel war Petrus der erste von Jesu Nachfolgern, der öffentlich erklärte, dass Jesus der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes war, Matthäus 16, 16, sowie der erste Jünger, der nicht Juden Zugang zum Evangelium gewährte, ohne die Gesetze des Mose zu halten, in Anführungszeichen, Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Im Bezug auf diese Charakterisierung von Petrus gibt es in keinem Fall einen Widerwillen, sich auf neue Weise auszudrücken. Und daher ist auch dieses Argument für die Mülltonne. Und keine der vermeintlichen Parallelen zwischen den Briefen von 1. Petrus und Paulus, da muss man definitiv sagen, es ist viel wahrscheinlicher, dass die Briefe von 1. Petrus und Paulus sich unabhängig voneinander auf gemeinsames Material stützten, als das Erste von Letzteren entlehnt worden seien. Und keiner der Gründe gegen die Urheberschaft des Petrus ist jetzt wirklich besonders überzeugend. Das kann man definitiv so sagen. Auch gibt es die sogenannte Sekretärshypothese. Neben einem Markus 1. Petrus 5, 13 wird auch ein Silvanus erwähnt. 1. Petrus 5, 12. Da steht durch Silvanus, den treuen Bruder habe ich euch, wie ich meine, wenige Worte geschrieben, der möglicherweise auch mit dem Paulus-Begleiter Silas identisch sein kann. Und von einigen katholischen und evangelikalen Theologen wird daher vermutet, dass Silvanus den Brief im Auftrag des Petrus geschrieben habe. Die Sekretärshypothese. Vielleicht in den letzten Lebensjahren des Petrus. Ist ein gut dokumentiertes Phänomen. Die Beschäftigung von Schreibern war nicht nur eine Notwendigkeit für Analphabeten, sondern auch eine Bequemlichkeit für diejenigen, die es sich leisten konnten. Der Apostel Paulus, so wird vermutet, hat ja auch durchaus Sekretäre verwandt. Römer 16, 22. Und die Schreiber, diese Sekretäre, die können verwendet werden als Aufzeichner, Herausgeber, Ersatzautor, Lektorin. Sie können als Schreiber verwendet werden, als Lektorin, als Ersatzautorin, bei denen der ursprüngliche Absender nur grundlegende Anweisungen erteilte, die Erstellung des Dokuments jedoch dann auch dem Schreiber überlassen hat. Und es ist möglich, dass Petrus bei der Herstellung von 1. Petrus auch einen Schreiber verwandte. Und es sollte ja natürlich auch beachtet werden, dass auch nicht alle Briefe des Paulus einen Schreiber identifizieren. Obwohl man vermuten kann, dass er einen benutzt hat, auch wenn in 1. Petrus 5, 12 zum Beispiel der Begriff von Silvanus, einem treuen Bruder, für euch diese Präposition um den Kurier des Briefes zu identifizieren. Was im Grunde bedeutet, dass er ihnen durch Silvanus zugestellt wurde und nichts damit zu tun hätte, dass er den Schreiber an sich meinte. Manche Briefe des Paulus erwähnen auch nicht einen Schreiber, obwohl er einen gehabt haben könnte. Die frühchristliche Tradition platziert auch, wie oben erwähnt, Petrus in Rom mit Johannes Markus als Hermeneutis, was darauf hindeutet, dass Petrus Jünger in dieser Art von unterstützender Rolle eingesetzt hat. Und die Möglichkeit, dass Petrus beim Komponieren von 1. Petrus einen Schreiber benutzt, der weist auch eine Reihe faszinierender Implikationen auf. Das könnte die Verwendung eines Schreibers, das könnte erklären, insbesondere eines gut ausgebildeten, warum das Griechisch des 1. Petrus so anspruchsvoll ist. Möglicherweise hat Petrus dem Schreiber auch detaillierte Anweisungen zum Inhalt des Briefes gegeben oder aber vielleicht einen ersten Entwurf eines Briefes gegeben und er hat dann dem Schreiber möglicherweise auch die Freiheit gelassen, entweder Petri griechisch zu korrigieren oder sogar das Endprodukt mit einem eloquenteren Griechisch als Petrus zu verfassen. Und zweitens könnte die Verwendung eines Schreibers, insbesondere eines jüdischen Schreibers, der in der griechischen Version der Heiligen Schrift ausgebildet worden war, helfen die häufigen Zitate und die Anspielungen auf die Septuaginta zu erklären und drittens könnte die Verwendung eines Schreibers, insbesondere eines, der den Lehren des Paulus nahe stand, helfen die Ähnlichkeiten zwischen einigen Ausdrücken in den Briefen von 1. Petrus und den Briefen des Apostels Paulus zu erklären. In den meisten Fällen könnte ein einzelner Schreiber jedem von ihm oder ihr geschriebenen Dokumenten einen bestimmten literarischen Stil aufprägen, was seine Form, sein Vokabular und vielleicht sogar seinen Inhalt etwas beeinflussen könnte. Und verfassen wir am Ende nochmal zusammen. Es gibt gute Gründe, dass der erste Petrusbrief vor der neuronischen Christenverfolgung geschrieben wurde, dass tatsächlich der Apostel Petrus es war, der den Brief verfasst hat und dass die Gründe gegen die Verfasserschaft des Apostels Petrus einfach schwach sind. Und fassen wir diese Gründe nochmal zusammen. Es wird zum Beispiel behauptet, Pseudepigraphie, das war in der Antike ein weit verbreitetes und akzeptiertes Phänomen. Aber diese ist je nach Textgattung mehr oder weniger wahrscheinlich. Weil einer Weisheitsschrift, die unter dem Namen Salomos geschrieben wurde, ist die auch anders zu beurteilen als bei einem Brief, der auf eine aktuelle Situation einer oder mehrerer Gemeinden Bezug nimmt. Ja, das muss man einfach mal auch bedenken. Ja, da muss man, das muss man ja auch definitiv, ja, das, und hier muss man ja auch sagen, ja, war vielleicht akzeptiert, dass Schüler die Schule des toten Apostels noch bewahrt haben, ja, aber wenn wir sehen, dass die aktuell, dass es aktuelle, äh, situative, ähm, Dinge gibt, die hier besprochen werden vom Verfasser, die noch vor der Neuronischen Christenverfolgung sind, dann ist das natürlich wieder was ganz anderes, ja. Der Stil des ersten Petrusbriefs, der ist ja keine griechisch, und zwar nicht nur mündliche, sondern literarische Keune, was Griechisch als Muttersprache des Autors vermuten lässt, ja. Und die Muttersprache des Fischers Petrus aus Galiläa, ja, äh, war höchstwahrscheinlich aramäisch, ja, und, ähm, ja, daher wäre das ja schwierig, aber Petrus stammte, wie gesagt, aus Bethsaida, einer zweisprachigen griechisch-jüdischen Stadt, das wird auch noch dadurch unterstrichen, dass sein Bruder Andreas einen griechischen Namen hatte, und er wirkte auch jahrzehntelang in der griechisch sprechenden Diaspora. Und auch Silvanus oder Silas, den er als Mitverfasser erwähnt, der ist römischer Brürger und damit sicher griechisch sprechend gewesen, ja. Also auch dieses Argument kann man unter den Tisch fallen lassen, ja. Der Autor des ersten Petrusbriefes zitiert das Alte Testament, ja, nach der griechischen Übersetzung, erste Petrus 4, 8 aber greift auch auf den hebräischen Text von Sprüche 10, 12 zurück, muss man auch sagen, und daher muss man auch dazu Folgendes sagen, muss man auch dazu beachten, ja. Ähm, der Autor, ähm, der, der, der habe ja zu wenig persönlich geschrieben, ja, das ist auch so ein, das ist auch so ein schwieriges, äh, Thema, ja, und die, und die auf die Jesus-Überlieferung, ähm, wird lediglich in traditioneller, urchristlicher Sprache hingewiesen, erste Petrus 2, 22, ähm, bis, äh, 25, ja, ähm, auch das natürlich, ähm, wieder schwierig, wie wir aus vorigen Gründen bereits besprochen haben, ja, weil wir halt einfach auch sagen müssen, ja, ähm, dass auch ganz klar gesprochen wird von Dingen, erste Petrus 2, 21 bis 24, die auch definitiv darauf schließen lassen, dass Petrus sich genau auf Jesus Christus und das gut bezieht, das auch für die Jünger damals, ähm, klar, ähm, ersichtlich gewesen ist und damit auch eine frühe Tradition, ja, und, ähm, die Theologie, die der Paulinischen nahe steht, ja, zwischen Petrus und Paulus gab es definitiv gegenseitige Wertschätzung und auch keine wesentlichen theologischen Differenzen und ihre in Galater 2, 11 bis 21 erwähnte Auseinandersetzung betraf nicht Gegensätze in der Theologie, sondern deren praktische Umsetzung. Paulus warf Petrus vor, dass er nicht nach seiner Theologie handelte, die alte Kirche wusste jedoch nichts von einem scharfen Gegensatz zwischen den beiden, ja, und erst im 19. Jahrhundert brachte die Theologie diesen irrsinnigen Verschwörungsgedanken auf, den wir aber bereits länger schon widerlegt haben, ja, und auch das ganze Traditionsgut, das, äh, ähm, ja, ähm, Paranese, Bekenntnisse, Lieder, ja, ähm, ja, dieses Traditionsgut findet sich auch in den als echt angesehenen Paulusbriefen. Und die im Brief angesprochenen Christenverfolgungen, da muss man nicht an die Zeit 3, ans um 100 denken, denn der Brief spricht nicht von einer staatlichen systematischen Christenverfolgung, sondern von punktuellen Christenverfolgungen und durch die heidnische Umgebung gab es solche punktuellen Christenverfolgungen bereits in den ersten Jahrzehnten nach 30 nach Christus in mehreren Gegenden des Reiches, ja, und da muss man dann auch nicht, ja, ähm, auf Trajan, auf die Zeit Trajans zu sprechen kommen oder auf, äh, die neuronische Christenverfolgung, die staatlich organisiert war, denn der Brief spricht von staatlich nicht organisierten punktuellen Christenverfolgungen, ja, und somit muss man auch definitiv sagen, weil, weil der Apostel Petrus, ja, sich an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kapadozien, Asien, Bithinien, äh, wendet, wendet er sich auch auf diese Art und Weise mit diesem theologischen, mit diesem theologischen Hintergrund, ähm, an diese Leute und nicht anders, weil es eben aus dem Kontext heraus plausibel gewesen ist, ja, und damit ist es auch nicht unlogisch, ähm, anzunehmen, dass der Apostel Petrus das Ganze tatsächlich so geschrieben haben kann, ja, und somit können wir die Urheberschaft des Apostels Petrus vollkommen akzeptieren, weil eben jeder einzelne genannte Grund, warum der erste Petrusbrief angeblich nicht aus der Feder des Apostels Petrus, sondern aus späterer stammt, nicht überzeugend ist. Es überzeugt einfach nicht. Manche Gründe lassen sich anders erklären und anders auch viel besser erklären, manche Gründe sind Missverständnisse und wieder andere logisch und sachlich komplett falsch. Stattdessen, wenn wir den ersten Petrusbrief lesen und historisch einbetten, macht er kontextuell viel mehr Sinn in einer Zeit, als der Apostel Petrus noch gelebt hat und aus seiner Feder stammt, als andersherum. Somit können wir von der traditionellen petrinischen Autorschaft, die auch in der frühen Kirche unumstritten war, ausgehen und brauchen nicht anzunehmen, dass es sich um eine Pseudepigraphie handelt. Denn aufgrund einer literarisch-historisch-kritischen Analyse können wir zum Schluss kommen, dass Petrus es war, der diesen Brief verfasste. Untertitelung Untertitelung Untertitelung